Das erste Hypodrom in Byzantion wurde 203 n. Chr. im Auftrag von Septimus Severus erbaut und unter der Herrschaft Konstantin des Großen erweitert. Hypodrom bedeutet übersetzt Pferderennbahn und ist das griechische Äquivalent zu dem römischen Zirkus Maximus. Das von Konstantin neu ausgebaute Hypodrom hatte eine Länge von ca. 400 m und eine Breite von ca. 80 bis 120 m. Die rechteckig angelegte Rennbahn endete an der an die Kaiserpaläste angrenzenden Seite in einer halbkreisförmigen Tribüne. Dort, ganz in der Nähe, befand sich die eigens dem Herrscher vorbehaltene Loge, von der er Wettkämpfe und Darbietungen beobachten konnte. Von den Kaiserpalästen ist wenig erhalten geblieben, doch die ausgegrabenen Mosaike aus dieser Zeit zeugen noch von seiner spätantiken Pracht. In der Mitte der Rennbahn befand sich die sogenannte Spina, eine zentrale, stufenförmige Erhöhung, auf der besonders erlesene Kunstwerke aufgestellt waren. Verschiedene Kaiser Ostroms ließen zum Zeichen ihrer Macht und Stellung Skulpturen aus aller Welt nach Konstantinopel bringen und präsentierten sie auf dem Hypodrom. Kaiser Konstantin der Große ließ beispielsweise eine zum Gedenken an die Schlacht von Plataia in Delphi errichtete Schlangensäule entfernen und nach Konstantinopel bringen. Außerdem wurde auf seinen Befehl hin ein erster Obelisk auf dem Hypodrom errichtet. Im Gegensatz zu dem zweiten, später aufgestellten Obelisken wurde dieser nicht aus einer anderen Stadt geraubt, sondern aus Ziegelsteinen gemauert und mit vergoldeten Platten verkleidet. Heutzutage sind von dieser goldenen Verkleidung nur noch die Löcher für die Befestigung zu sehen, da diese höchstwahrscheinlich von Kreuzfahrern im vierten Kreuzzug geraubt wurden. Der zweite Obelisk wurde ursprünglich von Pharao Thutmosis I. in Luxor, Ägypten, ca. 1500 Jahre vor Christus errichtet und von Kaiser Theodosius I. ca. 18 Jahrhunderte später nach Konstantinopel gebracht. Ein am Sockel angebrachtes Relief stellt dar, mit welch großem Aufwand der Obelisk innerhalb von 32 Tagen aufgerichtet wurde. Seine Höhe beträgt fast 20 Meter, wobei jedoch davon ausgegangen werden kann, dass er eigentlich wesentlich größer war und beim Transport nach Konstantinopel auseinanderbrach. Dies lässt sich am Fuß des Obelisken und den dort halbierten Hieroglyphen erkennen. Ägyptischen Quellen zur Folge wurden Obelisken wie dieser in den Steinbrüchen bereits in ihrer endgültigen Form aus dem Stein eingeschlagen und dann zu ihrem Bestimmungsort transportiert. Wer schon einmal vor dem Obelisken stand, wird mir sicherlich zustimmen, dass es zur damaligen Zeit und mit den technischen Hilfsmitteln an ein Wunder grenzt, dass dieser Obelisk es überhaupt nach Konstantinopel geschafft hat und außerdem innerhalb von 32 Tagen aufgerichtet wurde. In diesem Fall jedoch wog ein kluges Vorgehen den Mangel an moderner Technologie auf. So versuchten die Bauherren nicht, den Obelisken senkrecht aufzurichten, sondern behalfen sich mit Gerüsten und drehten den Obelisken so lange um seine eigene Achse, bis er aufrecht stand. Dass keine Kosten und Mühen gescheut wurden, um Kunstwerke nach Konstantinopel und vor allem auf das Hypodrom zu bringen, zeigt den Stellenwert dieses Ortes. Dieser Platz versammelte nicht nur Kunstwerke, sondern besaß neben der Repräsentativen eine unmittelbar politische Funktion. Denn das Hypodrom war jener Ort in Konstantinopel, an welchem der Kaiser zu seinem Volk sprechen konnte und das Volk zu seinem Herrscher. Auf dem Hypodrom fanden sowohl die Ernennungen neuer Konsolen statt, wie auch Feste anlässlich einer Hochzeit in der Kaiserfamilie oder bei Geburtsfeierlichkeiten. In besonders wichtigen Fällen wurde an diesem Ort auch Recht gesprochen. In ganz Konstantinopel gab es keinen anderen Ort, an dem so viele Menschen Platz fanden, mit der Möglichkeit, den Kaiser zu sehen bzw. zu hören. Das mit Abstand bedeutendste politische Ereignis an diesem Ort war der Nika-Aufstand. Für Pferderennen bildeten sich entsprechend den verschiedenen Stadtbezirken verschiedene Parteien, die ein bestimmtes Pferd oder Gespann anfeuerten. Diese sonst rivalisierenden Parteien schlossen sich zusammen, um gegen die verschärfte Steuerpolitik Kaiser Justinians aufzubegehren. Er schaffte es nicht, die Menge zu beruhigen, welche daraufhin anfingen, das Hypodrom, die Kaiserpaläste und den Vorgängerbau der Hagia Sophia zu zerstören. Erst als Justinian seinem Heerführer den Befehl gab, mit Truppen in die Stadt einzurücken, konnte der Aufstand niedergeschlagen werden. Bis zu 80.000 Menschen sollen hierbei ihr Leben verloren haben, die Schätzungen gehen dabei auseinander. Nach der Eroberung durch die Osmanen verlor das Hypodrom zunehmend an Bedeutung, da die Osmanischen Eroberer kein Interesse an Pferderennen hatten. So verschwand das Hypodrom beinahe vollständig aus dem Stadtbild.